Wir haben gerade in diesen Tagen gesehen, wie wichtig es ist, dass wir funktionierende Nachrichtendienste haben und dass sie mit anderen Diensten zusammenarbeiten können. Ich kann mich manchmal nur wundern, mit welcher politischen Naivität in unserem Land über die Zusammenarbeit mit den Amerikanern gesprochen wird. Und ohne die Amerikaner wären Aufklärungserfolge gerade beim Terrorismus durch islamistische Terrormenschen gar nicht möglich gewesen. Und deswegen kann ich nur sagen, niemand darf glauben, dass eine andere Großmacht der Welt uns hilft, sondern es sind die Amerikaner. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir auch Möglichkeiten geschaffen haben, dass die Nachrichtendienste enger zusammenarbeiten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!